TopfGuckerTV empfiehlt. Für die Tomatensauce machen wir einen Ansatz aus Speckwürfeln und Zwiebelwürfeln mit Tomatenmark und Ketchup und frischen Tomatenwürfeln machen wir einen Ansatz und kochen uns eine ordentliche Tomatensauce. Wir machen uns einen Speck-Zwiebel-Ansatz und auch Speck und Zwiebel ordentlich dran, also ordentlich viel, weil das ist die Basis des Ganzen. Wenn das dann ausgelassen ist, machen wir uns die frischen Tomatenwürfel dran, die wir jetzt vergessen haben. Jetzt geben wir noch etwas Tomatenketchup zu. Wie aus DDR-Zeiten kennengelernt. Wenn das ein bisschen eingekocht ist, füllen wir das dann einfach mit Brühe auf. Und das Ketchup wird eigentlich heute nur noch verwandt. Die Tomatensauce als solches wird nur von frischen Tomaten gemacht und mit Tomatenmark eventuell noch Farbe reinzubekommen. Und wir aus der früheren DDR, wir benutzen heute noch immer ein bisschen Ketchup als Geschmacksträger. All das war sehr beliebt und ist heute noch beliebt bei uns hier und hat irgendwas Regionales für uns. Jetzt wirzen wir das Ganze mit einer Prise Pfeffer, Lorbeerblatt und Piment und das lassen wir dann ein bisschen kösseln. Das ist durchgekackt und wir passieren aber nichts mehr. Wir lassen Speck und Zwiebel, bleibt alles drin. Prostikal, wie es so früher bei Oma war. Und dort machen wir dann, die geben wir dann nur mit den bruschierten Eiern zusammen. Wir haben uns jetzt einen Ansatz gemacht mit einer Brühe, mit einer gespickten Zwiebel. Das heißt eine Zwiebel gespickt mit Lorbeerblatt und Melke. Und haben noch ein bisschen Piment dazugegeben. Das lassen wir 5-6 Minuten durchkochen. Und das Ganze wirzen wir mit Salz und einem kleinen Spritzer Essig, um das Ei zu binden. Und wenn wir dann soweit sind, holen wir uns die Zwiebel raus. Und dann hier die Ahnung rein. Wir geben die in den Form. So, dann Spritzer Essig noch mit dazu. So, dann schlagen wir uns jedes Ei einzeln auf. Geben das in die Kelle. Und lassen das ganz vorsichtig in den Fond, der nicht mehr kocht. Und das muss jetzt anziehen. Schlagen das etwas über. So, und lassen jetzt das Ganze gar ziehen. Das heißt, es darf nicht mehr kochen. Das Eigelb eben muss weich bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Das darf nie hart werden. So, das bruschierte Ei ist jetzt nach 3-4 Minuten gar gezogen. So, wir schieben das auf den Rand und schmecken unsere Tomaten so noch einmal ab. Einfach nur eine Prise Zucker, nicht zu viel, weil das Ketchup ist schon relativ süß. Ein Spritzer Zitronen noch dran, um ein bisschen Frische mit reinzubringen. Und schon ist das alles fertig. Und wie gesagt, es wird nicht passiert, es bleibt so rustikal, wie es ist. Und dann können wir das dann schon anrichten. Das Ganze verfeilen wir dann mit Kräutern, mit Schnittlauch, Päldersirien, was wir so im Garten finden, hinterm Haus. Und jetzt, um das alles ein wenig aufzuwerten. Die bruschierten Eier, herzgebirgischer Art, die legen wir dann auf die kräftige Tomatensauce. Lassen das schön abtropfen, aus unserem Fond heraus und richten die ganz fein oben an. Und das Ganze wird mit frischen Kräutern verfeinert. Also das ist sehr rustikales Essen, was sehr schnell und leicht geht. Zubereitungszeit 20, 25 Minuten. Und ich wünsche Ihnen recht guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen.